Multiplexer ist hier ein Begriff im Zusammenhang mit der Digitaltechnik. Hier eingeblendet ist der Aufbau eines Multiplexers. Wir haben mehrere Eingänge und einen Ausgang. Die Funktion eines Multiplexers besteht darin, mithilfe von Steuersignalen einen Eingang auszuwählen und dieses Eingangssignal an den Ausgang weiterzuleiten. Die Steuersignale werden durch zwei weitere Leitungen dem Multiplexer zugeführt. Kurzes Beispiel. Wir wollen, dass der Eingang E3 am Ausgang anliegt. Die Eingänge kann man mithilfe von Dualzahlen ansprechen. Somit senden wir für den Eingang E3 als Steuersignal 1,0 und somit geht die Verbindung, wie hier gezeigt, von Eingang 3 zum Ausgang. Hätten wir beispielsweise den Eingang E2 gewollt, hätten wir als Steuersignal 0,1 gesendet. Ich bin Enrique Fernandes, hier bei FMH Studios. Bis zum nächsten Video. Adios.